Und dann hat sie zu mir gesagt, wollen Sie sich einmal anschauen? Ja, super, ich habe irgendwas zu tun jetzt in der Nacht, das ist langweilig. Und ich stehe auf und ich fühle mich da ins Badezimmer und drehe das Licht auf und ich mache mit dem einen Auge, wie ich das so aufgemacht habe, wenn ich was sehe, weil die waren zu, und sehe mich dann genauso, wie du gesagt hast, von hier an mit so einem Kopf. Das gibt es ja nicht. Und dann sage ich zu der, bleibt das so. Dann sagt sie, nein, nein, wenn das Wasser wieder weg ist, dann wird es wieder weniger. Ja, so, ich bin jetzt ganz weniger, das kann ich Ihnen nicht sagen. Dann hat sie wieder hingesetzt und das Buch gelesen. Aber ich bin erschrocken, richtig erschrocken. Den Anblick vergesse ich nicht. Dass dann wieder sich so zurückentwickelt, muss man fairerweise sagen, ist schon toll, von der Natur gemacht. Ja, aber wenn man, hat es das in der Runde so schon mal gegeben, dass ihr drei zusammen im Fernsehen aufgetreten seid? Nein, glaube ich nicht, ganz im Gegenteil. Wir haben uns ja 40 Jahre nicht gesehen. Und wir haben uns dann in Hockenheim getroffen, das wurde dann initiiert von einem Freund von uns. Und dann hast du mich angerufen und dann haben wir uns das erste Mal dort wieder gesehen. Und der Natura habe ich natürlich öfter gesehen, logischerweise, jedes Jahr, immer wieder in Monza. Also mit ihm habe ich natürlich mehr Kontakt gehabt wie mit dir. Also, wir werden gleich reingehen in diese Geschichte. Ich würde aber gerne Niki Lauda vorher fragen, welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit 1976, an die Formel-1-Saison, bevor dieser Unfall passierte? Man weiß natürlich alles, weil so ein Jahr wie dieses vergisst man einfach nicht. Also genauso, wenn ich hier zuhöre, was da alles passiert ist, das vergisst man nicht. Alles andere geht eigentlich an mir vorbei. Wenn man jetzt fragt, was war 75 oder 77, müsste ich wirklich scharf nachdenken, dass ich das irgendwie zurückhole. Aber ich meine, wenn man sich mal mit Ihrer Biografie beschäftigt, Sie hatten das geschafft, wovon Ihr Großvater immer gewarnt hatte. Der hatte gesagt, Formel-1-Fahren, das ist ein Trottelsport, so haben Sie es mal gesagt. Und ein Lauda, der steht, wenn überhaupt, im Wirtschaftsteil der Zeitung, aber niemals im Sportteil der Zeitung. Das war ein Industrieller, der war unheimlich sauer, dass Sie diesen Sport angefangen haben. Und Sie haben das dann gegen wahnsinnig viele Widerstände durchgesetzt, sind dann im Jahr davor Weltmeister geworden. Also besser konnte es doch eigentlich nicht laufen. Gott sei Dank war der Großvater so dumm, um mich so niederzutrommeln im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich mich dann einfach gegen ihn gewehrt habe. Wäre er nicht so hart gewesen, wäre ich wahrscheinlich nie so weit gekommen. Aber er war mein Feindbild in der Familie, an dem mein Vater hatte Ehrfurcht vor dem eigenen Vater und so weiter. Das war eine sehr, sag ich jetzt mal, wohlerzogene Familie. Und ich habe das nie verstanden, warum der das so blöde Aussagen macht. Und da habe ich mich auch dann sofort gegen ihn gesetzt, bin dann von meiner Familie ausgezogen mit 18. Weil ich mir gedacht habe, in dem Umfeld kann ich meine eigenen Ideen nicht umsetzen. Also Gott sei Dank war er so. Das heißt, das hat Sie hart gemacht, aber das macht natürlich auch was mit einem. Nicht hart, sondern eher... Macht dich das zum Einzelgänger so etwas? Ich will es jetzt zeigen, um es einfach zu sagen. Macht dich das zum Einzelgänger so eine Erfahrung? Einzelgänger, glaube ich, muss man im Höchstsport schon sein. Ich weiß nicht, ob ihr so gesellschaftlich kommunikative Menschen seid, sondern eher Egoisten, würde ich einmal sagen. Bis zu einem gewissen Grad. Machen wir hin, wenn wir unser eigenes Ding. Das ist genau das Gleiche. Und im Sport ist das aber so. Also je mehr du gefordert wirst und die Gefahr, 76, 75 war natürlich unglaublich gegen heute. Heute passiert überhaupt nichts mehr, im wahrsten Sinne des Wortes. Damals ist ja jedes Jahr mindestens einer tödlich verunglückt. Manchmal zwei. Also man konnte sich ausrechnen eigentlich, wann man dran ist. Stimmt es, dass eure Frauen, wenn ihr Rennen gefahren seid, dass die ein schwarzes Kleid dabei hatten, für den Fall, dass der Mann während des Rennens tödlich verunglückt. Nein. Das habe ich irgendwo gelesen. Nein, das ist ja Blödsinn. Weil erst einmal... Steht viel Blödsinn. Meine Frau Marlene damals habe ich ja kurz vor dem Nürburgring geheiratet, 76. Und die wusste natürlich überhaupt nicht, worum es da geht. Die hat zuerst einmal geglaubt, ich bin ein Tennisspieler. Mehr wusste sie nicht. Und hat eigentlich mit der... Sehr ähnlich. Mit der Gefahr des Motorsportes, ich habe keine Ahnung gehabt. Und dann nach kurzer Zeit natürlich, am 1. August bin ich dann tödlich verunglückt. Dann wurde sie konfrontiert mit dem in ihren Augen Wahnsinn, den ich hier betreibe. Und wie ich dann wieder hochkam und da hat sie mich angeschaut und hat gesagt, wegen mir hörst du eh nicht auf. Sag ich, logisch. Weil ich möchte diesen Sport wieder machen. Und dann hat sie einfach damit abgeschlossen. Ich sag, ich will damit nichts zu tun haben. Wenn du irgendwann einmal nach Hause kommst, dir die Hand brichst, dann tue ich dir auch nicht die Wurstsemmel machen. Das kannst du alles selber machen. Ich will mit der Gefahr nichts zu tun haben. Man hat sich komplett abgesetzt, was ja zu ihrem Schutz wesentlich besser war. Sie haben mal über diese Zeit selber reflektierend gesagt, ich glaube, das war die Zeit, wo ich ungefähr das größte Arschloch in meinem Leben war. Was haben Sie gesagt? Wenn man mich heute sieht, meine jetzige Frau, die Birgit sagt, die mich wirklich, wie ich jetzt mal sagen, mit den Kindern und alles ins wirkliche Leben zurückgeholt hat. Und wenn die mit mir anfängt zu motzen, was es ja oft gibt oder manchmal gibt, dann sage ich, du hast mich ja nicht vorher gekannt. Ja, weil wenn du mich da gekannt hast, sagst du, da wäre ich nie mit dir zusammengekommen. Also es stimmt schon, dass man sich damals schützen musste. Ich musste mich schützen damals, diese Gefahr eingehen zu wollen, sich zu fokussieren auf den Rennsport. Jede Ablenkung, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, ist ein Fehler und ich bin nicht mehr da. Das heißt, man hat sich so fokussiert, dass eigentlich alles andere auf der Strecke geblieben ist. Heute ist es natürlich ganz anders. Die Gefahr setzt man sich nicht mehr aus und damit wird man, soll ich sagen, ganz ein normaler Mensch. Wie ist Arturo mit dieser Gefahr umgegangen? Von Niki Lauda weiß ich, dass er ein Einzelgänger war. Wie sind Sie und auch die Kollegen mit dieser Möglichkeit des Sterbens bei jedem einzelnen Rennen umgegangen? Also man muss ja nicht automatisch das Leben verlieren bei jedem Rennen, einfach weil das ein Beruf ist, der aus Leidenschaft entsteht. Ich bin vor Niko in die Rennen gestartet, ich bin ein bisschen älter als er und ich habe Familienprobleme mitbekommen und selbst erlebt, einfach weil es sich um einen, wir haben es ja schon gehört, sehr gefährlichen Beruf handelt. Es ist wirklich ein sehr, sehr gefährlicher Sport. Aber Leidenschaft überwindet dann auch manchmal das rationale Denken und das, was einem durch den Kopf geht. Und wie Niki war es bei mir auch so, dass die Familie gegen den Sport war. Ich habe dann angefangen auf Abarth-Rennen zu fahren, mein erster Rennstall. Und ich habe einfach mein bisheriges Leben verleugnet, habe mich von der Familie abgenabelt und habe ein neues Leben begonnen, einfach weil die Leidenschaft bei mir so ausgeprägt war. Und das gehört einfach zu unserem Sport, diese Leidenschaft. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, das muss man sagen. Die Piloten, die Formel-1-Fahrer oder auch wenn sie andere Fahrzeuge, Rennfahrzeuge fahren oder auch zum Beispiel Piloten in Flugzeugen, die müssen ein innerer Dreckskerl sein. Die müssen ganz egoistisch sein, denn man muss auch glauben und denken und überzeugt sein, dass man besser ist als die anderen. Und sollte es zu einem Unfall kommen, dann, so denkt man, wird das der Nachbar sein. Wer freut, aber ich nicht. Das war jedenfalls immer meine Philosophie, die ja doch 73 Jahre jetzt funktioniert und auch heute fahre ich noch Rennen. Also, alle noch unheimlich aktiv, die hier sind, aber wir gehen jetzt mal rein in diesen Tag. 1. August 1976. Sie sind an dem Punkt sozusagen noch nicht im Spiel. Haben Sie sich damals für Formel 1 interessiert? Nein. Ich glaube, in dieser Branche... Haben Sie mitgekriegt, dass da dieser fürchterliche Unfall passiert ist? Nein. Erst am Montag früh. Als der Patient plötzlich bei Ihnen auf der Station lag. Aber wir schauen zunächst mal, wie es zu diesem Unfall gekommen ist. Ein schrecklicher Unfall. Und es gibt eigentlich keine wirklich offiziellen Bilder davon, Niki, weil das gar nicht vom Fernsehen übertragen wurde. Also, diese wenigen verwackelten Bilder. Was erzählen die Ihnen heute? Was ist da schiefgelaufen? Man muss diese Bilder einmal nochmal anschauen. Die kommen da um die Kurve, ganz normal. Das hintere Auto jetzt. Und jetzt bricht mir die rechte Hinterradaufhängung. Das ist dann erwiesen worden. Und damit ist das Auto rechts abgebogen. Dann in diese Mauer gefahren. Und jetzt leider noch von zwei anderen Autos. Da bleibt jetzt der Arturo stehen, glaube ich, der Nächste. Und damit war dieses Feuertal. Das Problem war, dass diese Autos ja überhaupt nicht so wie heute Tanks haben, die nicht mehr explodieren können. Und mein Auto ist natürlich explodiert, weil die Tanks sind ja davon geflogen. 800 Grad Hitze, haben wir gerade gehört. Ich war 55 Sekunden in 800 Grad Hitze. So, und das sind Aufnahmen, die ich so noch nie gesehen habe. Die haben wir irgendwo ausgegraben. Das ist Arturo, der in dem weißen Overall da plötzlich dazukommt. Die anderen stehen da, natürlich völlig schockiert. Und Arturo geht dazwischen, das sieht man da. Und geht mutig einfach rein in diese Flammenhölle, Arturo. Was hat Sie bewogen, da reinzugehen, ohne zu zögern? Das sieht man hier. Ich habe gar nicht die Zeit gehabt, nachzudenken, wieso, warum soll ich da jetzt reingehen. Ich habe einfach angehalten, instinktiv und bin da hingegangen. Ich wusste auch gar nicht, dass da Niki drin war. Es hätte auch ein anderer sein können. Und ich habe das Auto angehalten, habe auch gesehen, dass es andere Fahrer gab, andere Menschen, die versucht haben, zu diesem Fahrer da vorzudringen. Aber keiner hat das wirklich gemacht. Und ich habe einfach mehr gewagt als die anderen. Beim dritten Versuch allerdings habe ich es dann erst geschafft, Niki aus den Flammen zu ziehen. Denn immer, wenn es mir zu heiß wurde, bin ich natürlich wieder weggegangen. Aber es war nun leider so, dass Niki mir gar nicht geholfen hat. Er hätte sich entspannen müssen. Das Problem war, ich habe den Gurt von ihm nicht losbekommen. Denn sein Fahrzeug hatte sich ja durch den Aufprall verformt. Und deswegen war die Gurte sehr stark angespannt. Und ich konnte deswegen seinen Gurt nicht lösen. Und als es dann dazu kam, dass er ohnmächtig wurde, da plötzlich erschlaffte sein Körper. Und da habe ich dann in meinem letzten Anlauf sozusagen den Gurte öffnen können. Aber das, was heute für mich nach wie vor undenkbar ist, ist, wie ich das schaffen könnte. Jemand, der so klein und dünn war wie ich, einen Kollegen aus diesem Wrack herauszuziehen. Ich wog 60 Kilo. Er war etwa genauso schwer wie ich. Und ich habe ihn leicht wie eine Feder rausgezogen und habe ihn dann neben die Fahrbahn gelegt. Und ich glaube, sein Glück war auch, war ja stark verbrannt. Aber es war ja auch so, dass ich, als ich meine Militärzeit hatte, einen ersten Hilfekurs machen wollte und machen musste. Und er hatte ja, Niki, nicht nur Verbrennung, sondern er hatte auch giftige Dämpfe eingeatmet. Alles, was da ausströmte im Cockpit, das waren hochtoxische Stoffe. Und ich habe deswegen zunächst einmal eine Herz-Lungen-Massage durchgeführt. Und wir haben ja auch einen Arzt, der wird sicherlich auch noch etwas dazu sagen können. Und ich glaube, das war wirklich sein Glücksfall, dass ich ihm erste Hilfe leisten konnte. Er hat sieben und acht Minuten vielleicht deswegen auch überlegt, bis dann die richtigen Ärzte da waren. Und die haben dann die notwendigen weiteren Maßnahmen durchgeführt. Eigentlich eine unvorstellbare Situation heute. Und wir haben das eben gesehen, auch auf diesen letzten Schwarz-Weiß-Bildern, Sie waren bei Bewusstsein, Herr Lauder. Ja, ich kann mich erinnern, weil der John Watson, den sieht man ja da, der hat hinten den Kopf gehalten. Ja. Arturo sehen wir da auch, der da erste Hilfe leistet. Und zudem habe ich gesagt, was habe ich mit dir da geredet? Hat er gesagt, ich hätte ihn gefragt, wie ich ausschaue. Ja, und daraufhin habe ich gesagt, was hast du mir denn gesagt? Ich habe gesagt, du schaust super aus, mach dir keine Sorgen. Also ich konnte da schon kommunizieren, hatte aber keine Ahnung. Das sehe ich alles hier, genauso wie wenn ich gar nicht dabei wäre. Weil da fehlt sozusagen die Erinnerung. Und die Erinnerung, das haben Sie mal beschrieben, die setzt dann wieder ein, als Sie im Hubschrauber sind und dann Richtung Krankenhaus geflogen werden. Und dann beginnen dramatische Tage. Arturo wollte eben noch mal kurz was ergänzen. Ja, vielleicht noch Folgendes. Als Niki ohnmächtig wurde und ich ihn deswegen aus dem Cockpit rausziehen konnte, legte ich ihn neben die Fahrbahn und dann ist er wieder zu sich gekommen. Auch nach meiner Herzmassage, dass ich ihn dann beatmet habe, ist er wieder zu sich gekommen. Aber das, was ihm zuerst durch den Kopf ging, war das, was er mir auf Italienisch gesagt hat. Er spricht sehr gut Italienisch, auch wenn er es hier nicht zugibt. Aber er hat gesagt, wie sieht mein Gesicht aus? Und ich habe gesagt, ach wunderbar, ganz schön. Und ich wollte ihn einfach beruhigen. Aber es sah wirklich total schlimm aus. Denn er hatte ja den Helm verloren beim Aufprall und war wirklich im Gesicht stark verbrannt. Ja, das sieht man. Mal ganz ernsthaft gefragt, haben Sie wirklich daran geglaubt, dass er das überleben würde? Nein. Aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass er wieder zu sich kommen würde. Er hat ja einen Überlebensinstinkt und ich glaube, das ist auch das, was uns von Tieren unterscheidet. Er hatte mich ja gefragt, wie sieht mein Gesicht aus? Und das war für mich ein Zeichen dafür, dass er leben wollte. Er wollte sich nicht aufgeben und das war es dann sozusagen. Und ich glaube, wir als Formel 1 Rennfahrer, wir sind aus diesem Holz geschnitzt. Ich hatte das vorhin ja gesagt, wir sind etwas seltsame Menschen, wir sind innere Dreckskerle. Aber im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, uns ist eigentlich alles scheißegal. Wir glauben nur an uns selbst, an unser Ego. Und das war doch das beste Beispiel. So ein bisschen Unsterblichkeitsfantasien haben Formel 1 Fahrer ganz offenbar. Und deswegen läuft man dann auch durchs Feuer, obwohl man es nie gelernt hat und so weiter. Und das war in dem Fall äußerst glücklich und eine glückliche Fügung. Herr Martin, wir haben eben kurz gehört, Sie sind sozusagen der Zweite im Bunde, der ganz entscheidend ist in dieser Geschichte, wenn es um das Überleben von Niki Lauda damals geht. Sie kommen am Montagmorgen in diese Klinik, gehen da rein. Das war ja eigentlich gar keine Verbrennungsstation, auf der Sie dort tätig waren. Nein, er wurde ja von der... Hatten Sie was von dem Unfall am Sonntag gehört? Nichts. Komm da rein, welches Bild bietet sich Ihnen? Ja, ich komme am Montag auf die Sichtstation und sehe da jemanden mit einem riesen Kopfverband, der Kopf gewaltig angeschwollen. Und natürlich, er hatte diesen Turbus schon über die Nase in der Luftröhre. Und dann, ich wusste ja gar nicht, wer ist das? Dann erfuhl ich die ganze Geschichte. Und dann wurde ja über die BG-Klinik, die wir anästhesiologisch versorgt haben, zu unserem Mann eingebracht, weil wir als Anästhesisten mehr mit Beatmung uns spezialisiert haben. Das Problem bei ihm war, er hat ja massiv inhaliert. Sie sahen das Bild. Genau, diese giftigen Dämpfe, dieses verbrennende Plastikteil. Und das Problem war, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt in der BG-Klinik 95% aller Patienten, die wir damals beatmet haben, also kontrolliert, mechanisch, sind verstorben. Das ist eine hohe Mortalitätsrate. Hohe Letalitätsrate. Das Glück bei Niki war, er war wach und ansprechbar. Jetzt haben wir uns überlegt, wir wollen ihn nicht beatmen, wir wollen ihn nicht in diese fürchterliche Situation bringen, dass wir ihn mechanisch kontrolliert beatmen müssen. Darf ich kurz unterbrechen? Ich kann mich sehr wohl erinnern, ich habe gehört und war ja nicht in einem guten Zustand. Und da haben die gesagt, wenn wir jetzt beatmen, dann stirbt er. Das haben Sie gehört? Genau, ich habe mir gedacht, na bumm, ich bin in einem super Zustand. Das habe ich nachher mit den Ärzten besprochen, wie ich wieder gesund war. Das Problem ist, dass bei der Inhalation verletzen Sie ja die Schleimhäute in der Lunge. Und durch die mechanische Beatmung schieben Sie diese ganzen Partikel, die er inhaliert hat, in die Peripherie. Immer tiefer rein. Immer tiefer rein. Und das führt zu einer massiven Entzündungsreaktion. Kann man sich vorstellen. Dass am Ende die Lunge daran geschädigt wird und daran stirbt man. Letzten Endes am Lungenversagen. Das heißt, diese Diskussion haben Sie mitgekriegt? Ich habe mitgekriegt. Ich konnte natürlich da nicht darauf reagieren, konnte ich nichts machen. Aber nachher habe ich das natürlich dann gesagt. Aber, sage ich jetzt einmal, weil ich bewusst dann war, schon gut, dass man das alles mithören konnte. Ja. Und dann haben wir Ihnen sozusagen nur ein Gerät angeschlossen, das seine Spontanatmung unterstützt. Wenn er tief Luft holt, dann unterstützt die Maschine. Das Entscheidende war aber, dass er ja permanent abgesaugt werden musste. Weil ja fünf Tage lang dieses schwarze Gerät aus der Lunge musste abgesaugt werden. Das ganze schwarze Zeug kam da aus der Lunge raus. Das kam über Tage. Und das Problem war, dass er, gut, er hat aber immer gewunken. Das muss man sich vorstellen, das ist ein extrem schmerzhafter Eingriff, das Absaugen. Er hat gewunken, dann muss man absaugen und gut. Und das ging über fünf Tage. Und das zweite Problem war, wir fürchten, dass dieser Tubus zugeht. Wenn der zugeht, dann muss man ihn entfernen. Und bei einem Kopf, der so ist und der halt so, wie der den Tubus einfühlt, ist extrem schwierig. Und dafür hatten wir eine wahnsinnige Angst. Aber das hat der Hals faktisch nicht mehr da. Genauso geschworen, natürlich. Was haben Sie davon mitgekriegt, von dieser unglaublichen Schwellung? Sie haben es vorhin gesagt, der Kopf war ungefähr so breit wie die ganzen Schultern. Also ich kann nur immer wieder so Segmente hören. Der erste war eben ganz am Anfang, wo sie eben diskutiert haben, mit welcher Behandlung ich sterben wäre. Und ich habe mir gedacht, aha, interessant. Aber dann versucht natürlich sofort mehr zuzuhören. Also wenn du sowas kriegst. Und dann wurde ich gefragt von einer Schwester, ich glaube am zweiten Tag, ob ich die letzte Ölung will. Ich habe mir gedacht, schaden kann mir das sicher nicht. Das war mein erster Gedanke. Ja, weil wenn es darum den lieben Gott gibt, dann wird er mir helfen. Und dann habe ich genickt, weil ich reden konnte ja nicht durch die ganzen Schleiche, die ich drin hatte. Und dann ist nichts passiert. Und da habe ich nur auf der Schulter gespürt, so ein Streifen, was bei der Schwester oder bei der Behandlung immer passieren kann. Und es passiert einfach nichts. Und dann denke ich mir, hat mir der jetzt da hier kurz die letzte Ölung mit dem Kreuz gegeben und ist wieder verschwunden. Und so war es auch. Weil der hat gedacht, ich bin ohnmächtig und wollte mit mir natürlich nichts sagen. Ich habe mir gedacht, der liebe Gott wird dir jetzt helfen und es wird alles wieder schön werden. Das habe ich erwartet. Also Sie haben ein paar aufmunternde Worte erwartet, Worte des Trostes und so her. Ich denke mir, das kann nicht wahr sein. Der gibt mir die letzte Ölung und ich soll mich jetzt von ihm verabschieden, im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat wieder in mir eine Aggression ausgeführt, die wieder gesagt hat, jetzt mache ich das sicher nicht. Jetzt höre ich wieder den Ärzten zu. Und so ging dann eins ins andere. Das heißt, Sie haben sich überlegt, da liegend, den knöpfe ich mir vor, wenn ich wieder so weit bin. Genau so war es. Aber dann war... Und die schwierigste Situation war aber die, dass ich dann in irgendeinem Moment, Zeitablauf weiß ich nicht, mich gesehen habe, mit einem Erlösengefühl rücklinks in ein tiefes Loch zu fallen. Ja, es war ein angenehmes Gefühl. Und dann habe ich gedacht, jetzt stirbst, jetzt ist es aus. Ja, genau so war das. Und dann habe ich gesagt, nein, 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 machen wir nicht, machen wir nicht, machen wir nicht. Und wieder konzentriert, was die Ärzte sagen. Es war immer so ein up and down, würde ich sagen, in meiner körperlichen Verfassung irgendwie noch da zu bleiben. Und dieses Gefühl gab es, ja, das war ein schönes Gefühl. Das war angenehm. War unglaublich angenehm. Erschrecken natürlich in dem Zustand. Aber unglaublich angenehm, dass diese Last, die, glaube ich, auf mir gelastet hat, von Schmerzen und Behandlungen und alles, was da war, dann irgendwie weg ist. Und dann ist es halt aus. Aber das heißt, Sie glauben heute, wenn Sie sich hätten reinfallen lassen in dieses Gefühl, dann wären Sie gestorben? Ich glaube, wenn ich nicht so aufgeregt worden wäre, zuerst durch die Ärzte, dann durch den Priester und dann durch das Gefühl des Sterbens, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr da. Hat man nach einer solchen Erfahrung mehr Lust aufs Leben oder ist da einfach nur ein Gefühl von Dankbarkeit? Nein, was ich, was ich, Dankbarkeit würde ich auch nicht sagen, weil ich danke natürlich dem Arturo. Ohne den wäre ich nicht da. Dann danke ich, dass ich in Deutschland verunglückt bin und in einer super Klinik gelandet bin, wo ich dann am Leben erhalten wurde. Aber im Grunde bin ich ja das Risiko bewusst eingegangen. Und deswegen habe ich auch nachher damit kein Problem gehabt, weil ich wusste ja eigentlich, dass ich immer tödlich verunglücken kann. Und ich war eigentlich dann froh, dass ich ein Riesenunfall gehabt habe, doch noch am Leben bin. Also umgekehrt muss man das sehen. Und der Sport war halt damals so. Und das war klar, dass es passieren kann. Ich habe Gott sei Dank überlebt und konnte nachher sogar wieder Auto fahren. Und deswegen habe ich das auch dann für mich absolut beenden können, das Ganze. Weil ich, die Schwierigkeiten danach wieder schnell Auto zu fahren, waren natürlich nicht so einfach. Da musste man sich wieder dran gewöhnen, wieder Selbstvertrauen kriegen. Darüber reden wir, kommen wir später noch mal dazu. Ich würde gerne noch mal wissen und verstehen. Sie sagen, das Glück war, dass er sich artikulieren konnte. Nee, nee, wach, er war wach. Er war wach, das meine ich. Artikulieren konnte er nicht. Nein, aber er konnte sich mit der Hand oder wie auch immer artikulieren und sagen, saugst mich jetzt bitte ab. Woher wussten Sie, dass Sie abgesaugt werden? Müsste es ein Gefühl von Enge oder was ist das? Das weiß ich genau. Es wurde mir gesagt, da ist alles was passiert. Sie haben dieses Rohr da drinnen und wir müssen diesen ganzen Geschichten, die da in der Lunge waren, absaugen. Und je öfter Sie das machen, desto besser ist es für Sie. So, und dann wurde ich einmal abgesaugt, da dreht sich aber die Lunge um. Wie du ja schon gesagt hast, das ist nicht sehr angenehm, muss ich ehrlich sagen. Dann speit man, das ist ein fürchterlicher Zustand. Und die haben mir dann logischerweise gleich gesagt, sobald ich wieder halbwegs mich davon erholt habe, mich gleich wieder machen. Weil die haben mir gesagt, das ist der einzige Weg zu überleben. Aber was für ein ungeheurer Wille, oder? Haben Sie das bei Patienten so schon mal erlebt? Nein, nein. Weil das sind ja wahnsinnige Schmerzen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für Schmerzen sind. Nur immer wieder freiwillig sagst, saug mich ab, saug mich ab. Ja, das war wirklich beeindruckend. Ich habe das selten erlebt, dass jemand so in der Form, alle vier Stunden manchmal am Anfang, alle 20 Minuten, absaugen, absaugen, absaugen. Das ging bei fünf Tagen. Das war schon heroisch. Er kann natürlich auch ein bisschen Schmerzmittel, keine Frage. Aber dieses Absaugen ist einfach brutal, wenn man das wach erlebt. Aber er hat das wahrgenommen und da war er so diszipliniert, er sagte, okay, dann muss das sein. Also muss ich rufen, dann ruft er, ruft er. Es war wirklich eine gigantische Tour. Stimmt es, Niki, dass Sie immer wieder versucht haben, Ihre Füße zu bewegen? Und warum? Weil Sie Gas geben wollten, bremsen? Oder was war die Intention dabei? Nein, das stimmt in dem Fall sicher nicht. Ich war also, wie gesagt, in der ersten Intensivstation. Da wurde ich entlassen nach einer Woche, glaube ich. 14 Tage. 14 Tage. Und dann in die Verbrennungslinie hinüber, wo dann die Haut transportiert wurde und alle diese Geschichten gemacht wurden. Also da war ich noch voll beschäftigt mit medizinischem Treatment. Und die Frage war dann, ich habe dann gebeten, so schnell wie möglich aus dem Spital hinauskommen zu dürfen, weil da drin in einem Spital zu bleiben, ist nicht lustig. Und habe dann mit Unterschreiben, das Risiko geht auf mich nach Salzburg, mich zurückgebracht nach Haus und habe dann dort versucht, wieder meine Sinne in Ordnung zu kriegen. Dort war auch dann die grundsätzliche Entscheidung, will ich wieder fahren oder nicht. Ich hatte einen persönlichen Trainer, den Herrn Dungel, der war immer mit dabei, den kannst du dich noch erinnern. Und dann war ich zu Hause und habe überlegt, willst du jetzt wieder Autorennen fahren oder nicht. Und das war schon eine Entscheidung, die man dort einmal treffen musste. Und dann habe ich mir gesagt... Haben Sie die allein getroffen? Ja. Weil ich habe mir gesagt, ich würde jetzt gerne wissen, ob ich nach dem Unfall, ob man da überhaupt wieder fahren kann. Du hast ja unglaubliche Angst, du bist voll tot gewesen. Ist es überhaupt möglich, diesen Challenge jetzt zu machen? Und was hat Ihre Frau dazu gesagt? Die habe ich nicht gefragt. Sie hat logischerweise verzweifelt nach dem Unfall, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Und da muss ich ihr wirklich ein Kompliment haben, die hat gesagt, sie mischt sich wirklich nicht ein. Weil sie hat gesagt, das musst du selber entscheiden. Ich machte da weder Druck in die eine oder andere Richtung. Es wurde natürlich die Entscheidung von mir selber getroffen. Gott, sie war eine sehr schwierige. Sich da Rat zu holen von irgendjemandem, was man ja oft machen kann, wen soll ich denn fragen? Es war ja keiner in derselben Situation wie ich. Also ich konnte überhaupt niemanden fragen. Ist das der Grund, warum Sie sagen, ich habe keine Freunde? Bei wen soll ich denn fragen? Einsteigen, nicht fahren, fahren, leben, tot? Ich bin logischerweise ein Einzelkämpfer, wie ihr wahrscheinlich auch seid. Vielleicht nicht so arg wie in der Formel 1, aber trotzdem. Und damit entwickelt sich, wenn man dann noch populär ist, dann kommen immer die sogenannten Freunde. Und das ist ja immer schwieriger, das Ganze. Um dann zu unterscheiden, was ist ein richtiger Freund, was ist keiner, will einer was von dir und so weiter. Und durch dieses Fokussieren auf den Sport bleibt dann eigentlich nichts anderes mehr über, wie mit sich selber auszumachen, gerade in meiner Situation, willst du das Risiko wieder eingehen oder nicht? Und damit entfernt man sich jetzt irgendwo von diesem ganzen Freundesgeschwätz im wahrsten Sinne des Wortes, sondern geht dann allein seinen Weg. Ich habe sicher Menschen, mit denen ich sehr gern zusammen bin und die ich schätze und alles. Aber unter Freunden versteht man jemanden, den ruft man dann am Abend an und sagt, ich liege gerade im Rinnsaal, kannst du mich bitte abholen? Und da habe ich schon ein paar in Wien, die ich sehr gut kenne, aber die gehen nie zu ihrem Telefon. Also warum sie denn auch noch sind? Also ich mache mir das relativ einfach. Ich bin heute ein umgänglicher Typ, würde ich einmal sagen. Aber jetzt zu sagen, ich habe da einen Freund und da und dort, wie es sehr viele Deutsche auch machen, wenn sie nach Sylt fahren, treiben sich dort immer alle Freunde. Aber die haben halt eine andere Beziehung. Bei Facebook hat man auch sehr viele Freunde. Da bin ich auch nicht drauf. Da bin ich auch nicht drauf. Und dann ist man ja irritiert, wenn bei der Beherdigung keiner kommt. Ein Freund, würde ich sagen, ist meine Frau. Mit der muss man eh alles kommunizieren und die würde ich als Freund bezeichnen. Oder? Ja, ist eine Frage an mich. Ja, ja. Ich finde schon, ich kann da, ja, also mit der Frau bespricht man selbstverständlich alles. Aber ich finde es trotzdem gut, wenn man den einen oder anderen hat, auf den man sich wirklich verlassen kann. Meine Freunde, auch nur zwei, aber die gehen ans Telefon. Gut, gut, gut. Das ist sehr löblich. Aber ich bei denen auch. Was ich so unglaublich finde, fünf Wochen später sitzen Sie wieder in diesem Formel-1-Auto. Und die Umstände, wenn man sich die nochmal zu Gemüte führt, Herr Martin, das war ja Wahnsinn. Sie haben angefangen zu transplantieren. Das nässte alles noch irgendwie am Kopf. Da wurde der Helm aufgesetzt und drunter drückte es das Blut noch raus. Das heißt, das war aus ärztlicher Sicht alles viel zu früh. Viel zu früh, eindeutig. Der Lasse-Chirurg sagte, 14 Tage zu früh. Die gesagt hat, okay, gut, trotzdem. Das heißt, ich möchte transplantiert werden. Das war es. 14 Tage nach seinem Verbrennen, nach seinem Unfall wurde er transplantiert. Einfach 14 Tage zu früh. Wir haben es gemacht, die BG-Klinik, und dann entspannt er. Halt schon eh besser aus. Ja, ja. Aber ich meine, das Ergebnis, heißt das übersetzt, hätte natürlich dann besser sein können. Besser sein können, ja. Ja, aber da muss ich erst dazu sagen. Wie ich entschieden habe, ich möchte wieder fahren. Weil ich wusste, das Risiko, was ich eingehe, ich kann mir das alles logisch erklären. Jawohl, ich möchte es wissen, ob man das wieder kann. Was ist dann der beste Weg? So schnell wie möglich ist es zu probieren. Weil je länger du wartest nach einem Unfall und es nicht wieder dir selber beweist, dass du das Auto wieder in der Hand hast, desto mehr Zweifel kommen auf. Das ist bei jedem Menschen ganz normal. Deswegen war mein Ziel, wenn es medizinisch geht und die Transplantation wurde gemacht, das wurde dann alles gemacht, die wurde 15.000 Mal untersucht. In Monza kann ich jetzt fahren oder nicht. Wurde dann klargeschrieben und darum fand ich klar, je früher ich wieder anfange, je schneller überwinde ich die Angst und alle diese Dinge, die natürlich mit einem Unfall mitkommen. Mit Ihrem Äußeren, die Frage war ja direkt, wie schaue ich aus? Also noch im Auto sitzend. Haben Sie jemals damit gehadert? Erinnern Sie diesen Moment, als Sie dann das erste Mal den Spiegel gezeigt kriegten, um zu sehen, wie Sie wirklich aussehen? Ich erinnere mich genau an den Moment, das war nach deiner Zeit. Du hast es früher gesehen, aber ich war dann in der Verbrennungsklinik. Da haben sie mich dann ans Bett gebunden mit den Händen, damit ich dann nicht auf diese transportierte Haut da oben herum schrubel damit, damit die nicht weg geht. Und da fragt mich dann eine Schwester, die dort, die mich genervt hat, weil in diesem Zimmer war eine Neonröhre und die hat immer geknackst. Und die Gute saß neben mir und hat ein Buch gelesen, nur um zu schauen, dass ich nicht die Hände auf meinem Kopf tue. Und da sage ich zu der, können Sie so freundlich sein und diese Neonröhre auswechseln? Sagt die Mensch, damit in der Nachbarn doch keiner die Neonröhre auswechseln. Ich kann aber nicht schlafen. Das ist fürchterlich, immer knacks, knacks, machst du es da oben. Und also die hat es weiter Buch gelesen. Und dann hat sie zu mir gesagt, wollen Sie sich einmal anschauen? Ja, super, ich habe irgendwas zu tun jetzt in der Nacht, das ist langweilig. Und ich stehe auf und ich fühle mich da ins Badezimmer und drehe das Licht auf. Und ich mache mit dem einen Auge, habe ich das so aufgemacht, wenn ich was sehe, weil die waren zu, und sehe mich dann genauso, wie du gesagt hast, von hier an mit so einem Kopf. Das gibt es ja nicht. Und dann sage ich zu der, bleibt das so? Dann sagt sie, nein, nein, wenn das Wasser wieder weg ist, dann wird es wieder weniger. Ja, so, ich bin jetzt ganz weniger, das kann ich Ihnen nicht sagen. Dann hat sie wieder hingesetzt und ihr Buch gelesen. Aber ich bin erschrocken, richtig erschrocken. Den Anblick vergesse ich nicht. Dass es dann wieder sich so zurückentwickelt, muss man fairerweise sagen, ist schon toll, von der Natur gemacht. Ja, aber wenn man weiß, wenn man das hört, hätte ich nur 14 Tage länger, das ist nichts, 14 Tage länger gewartet, hätte ich heute... Aber was wäre dann besser gewesen? Das äußere Erscheinungsbild wäre ein bisschen besser. Ohrwerk, angewachsen. Ja, so. Und das war nie ein Thema? Nein, im Gegenteil. Ich habe dann nachher eine Operation machen müssen, an dem Auge da unten, weil das sieht ja, und das Auge ist in der Nacht immer offen geblieben. Nach der Saison muss ich das operieren. Und da bin ich dann, habe ich Ärzte gesucht und habe dann den Pitangui, der jetzt gerade verschoben ist, ein brasilianischer Arzt, der in Rio war, der damals berühmt war für plastische Chirurgie, und da habe ich angerufen, wo ist der? Der war gerade in der Schweiz, da habe ich zu dem hingefahren, dann hat er mir die Tür aufgemacht, da habe ich gesagt, oh, Nicke Launer, und ich habe gesagt, ich habe ein Problem, die Saison beginnt, ich muss unbedingt das Auge korrigieren. Da hat er das Auge angeschaut, gesagt, super, mache ich sofort, bis er nach Rio fliegen, 14 Tage später, er hat seinen Skiurlaub zu Ende gemacht, machen wir das sofort. Dann bin ich zu dem hin, da war er glücklich, dass ich da war, und er hat dann vorgeheizig gesagt, so, jetzt machen wir dieses Auge, dann machen wir das, müssen wir gerade stellen, und am Ohr können wir das vom Fuß nehmen, dann können wir das aufs Ohr machen, ich sage, sind Sie verrückt, ich muss Auto reinfahren, die machen nichts, außer dieses Auge. Hat er dann gemacht, dann bin ich aufgewacht, dann hatte ich einen Schnitt hier, einen Schnitt da und da, sage ich, was ist jetzt? Jetzt sagt er, ich musste das machen. Das heißt, das Ohr ist aus dem Fuß modelliert? Er wollte mir ernstlich ein neues Ohr konstruieren. Und das ist aus dem Fuß modelliert? Wollte er, aber das hätte drei Monate gedauert, da fahre ich schon wieder Auto rein. Das Ohr lassen wir weg, das bringt nichts, und habe ihn dann wieder beruhigt, und hat das Minimum gemacht, und dann bin ich dann rausgefahren.